Hallo, kennt ihr schon die Flaschenbürste von der Firma Kochblume? Sie ist aus hochwertigem Silikon und spielmaschinenfest. Meistens hat man ja das Problem, dass man in so einem hohen Glas nicht besonders gut hinunterkommt zum Reinigen. Nun schauen wir mal, wie die Bürste arbeitet. Man kommt ganz toll in alle Ecken. Dadurch, dass sie so biegsam ist, kann man schön alles reinigen. Das ist eine ganz tolle Bürste. Wenn ihr sie haben möchtet, bitte melden bei der Firma Rackle am Rathaus. Es gibt sie auch noch in vielen anderen Farben und auch andere tolle Produkte von der Firma Kochblume. Bitte ruft uns an. Tschüss!